Wenn da nun jemand drin war, was? War aber niemand drin, weil Frau Martin nämlich tagsüber nie da drin ist. Am besten alle abreißen, die alten Buden. Und wohin mit den Leuten? Und wohin mit den Leuten, wenn du es drauf ankommen lässt. Hier wird nicht geplündert. Du lieber Gott, der Gedanke an ein Verbrechen drängt sich einem ja förmlich auf. Ihnen nicht auch? Umstände halber? Sozusagen unwillkürlich? Wissen Sie übrigens, dass man vor noch gar nicht so langer Zeit unter genau solchen Trümmern einen totgeschlagenen Landstreicher gefunden hat? In einem italienischen Städtchen namens... Diese Stadt heißt Wickenhausen und liegt in der DDR. Wüsste wirklich nicht, wo hier noch ein Landstreicher herkommen sollte? Böhl Martin von Jadupf. Böhl Martinung und Jadupf. Ich bin hier der Bürgermeister, Jadup. Angenehm. Gewissen, mein Name. Das Gute oder das Schleckte? Leutnant Wenzel, unser ABV. Amen.